Hallo Leute und willkommen zu eurem Calisthenics Tutorial. Ich bin Viktor von Living Lean and Mean und heute zeige ich euch eine etwas intensivere Variation der Kniebeuge, die Sprungkniebeuge. Legen wir los. Bei dieser Variante der Kniebeuge springt ihr aus der Hocke so hoch ihr könnt. Jede Wiederholung wird mit maximaler Intensität ausgeführt. Um die Gelenke zu schonen, landet ihr sanft auf den Fussballen und senkt euch unter voller Kontrolle wieder ab, bevor eure Beine euch wieder nach oben katapetieren. Bis zum nächsten Mal.